Hallo meine Lieben, hallo meine Lieben, meine Lieben, meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video, Video, Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und zwar geht es heute um diese Bürsten-Köpfe, die sehr gut bei euch angekommen sind im letzten Video, wo ich sie benutzt habe. Deshalb wollte ich ein Video da mitdrehen, wo ich noch mal intensiver mit ihnen Geräusche erzeuge und ich mag das Gehen. Das Gehen ein bisschen. Habe ich wieder bemerkt, dass ich die falsche Einstellung hatte. Aber jetzt habe ich die richtige. Alles gut. Für das letzte Video, was ich gedreht habe, gerade für das vorige, passt die andere Einstellung nicht ganz gut. Ich habe nämlich ein Reaction-Video gedreht. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, falls ich es schon hochladen habe, dann schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Lust habt. Aber irgendwas im Hintergrund hört sich gerade an wie Meeresrauschen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich weiß nicht genau, was das ist. Vielleicht ein Lippt. Heute mal mit Greenscreen, weil ich ihn jetzt nicht extra wieder abbauen wollte und den anderen raubtun wollte. Ich hoffe, das geht alles ganz gut und sieht schön aus. Die verliehen jetzt schon nachher. Aiaiaiai. Ich habe noch ein bisschen vorangehen. Hier Ich hoffe es geht euch gut Ihr könnt jetzt gut entspannen Ich hoffe das ist jetzt nicht so stark Ich hoffe es wird euch gut entspannen Das war's für heute. Ich werde den Pop-Schutz auch später abnehmen. 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 Ich bin gespannt. Ich werde den Pop-Schutz auch später abnehmen. Das will jetzt so viele von diesen Fasern. Das will jetzt so viele von diesen Fasern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich werde einfach nur den Fluffy Pop-Schutz nutzen. Fluffy, Fluffy, Fluffy-Vincheats. die Fluffy Windschutz werde ich noch benutzen Da ist er auch schon Jetzt schauen wir mal, was das rigorisch macht Oh, schön Schließt am besten auch eure Augen Ich finde das manchmal ganz schön, während den Triggern die Augen zu schließen Weil man das dann alles noch viel intensiver hört und sich noch genauer darauf konzentrieren kann, was man macht dann schauen wir mal an den Blumen dann schauen wir mal an den Blumen Puss, 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 puss. Brush, brush, brush the microphone, brushing the mic, 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 brushing the microphone, microphone. This is 100 miles an hour ago. Fluffy, fluffy, fluffy Fluffy, fluffy, fluffy Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das geschieht regelt wird Schlaf gut ein Gute Nacht Gute Nacht Schlaf gut. Schlaf gut. Und du ein bisschen was Schönes. Schlaf gut. Und du ein bisschen was Schönes. Und du, du, du. Und du. Und du, du. Und du, du. Okay. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich sehr über einen Kommentar oder einen Daumen. Und dann sage ich wieder Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr über Ihre Kommentare.